heute was geht ab leute hong hier ein kleines update heute reden über ein paar verschiedene sachen und dann kleiner zwischenstand und dann schauen wir mal gehen wir wieder farmen es ist samstag morgen sagen wir eher vormittag ich habe länger gepennt war richtig am ende deswegen habe ich auch gestern nicht die millionen geknackt ich habe nur 600.000 geschafft also 400.000 fehlen noch von gestern also schauen wir mal ob ich mein ziel noch erreichen kann oder werde sehr sehr fragwürdig ich bin heute morgen aufgestanden und habe echt fest damit gerechnet dass die arenen platt gemacht werden und das arenenupdate gestartet wird zumindest diese phase wo die alle rauskicken und dann die gyms nicht in benutzung sind aber die gyms stehen noch es wurde hier und da auf verschiedenen seiten gemeldet dass eine antik zumindest auf ihrer seite schon mal irgendwo gepostet hat dass das jim wie wir bald kommen wird dachte ich das wäre gestern abend gewesen aber demnächst ist wahrscheinlich besser wenn es nach dem event kommt weil die leute aufs fahren konzentriert sind und hat keinen bock auf ergehen haben ansonsten wie ihr bereits hier vielleicht sehen könnt habe ich das gotcha habe ich auch letztens im video gestern erwähnt haben auch schon drüber geredet freuen sich dass ich darüber ein review machen werde habe es gerade angeschlossen richtig komplizierte anleitung aber jetzt scheint glaube ich alles zu funktionieren als auf auto catch eingestellt wer hat heute ein bisschen damit rumfahren muss eben bälle fahren ich habe glaube ich nur noch 20 bälle gesamt das war es also event geht kass ab muss jetzt heute auffüllen und dann kann ich morgen wieder weiterfahren vielleicht heute haben noch aber schauen wir mal motivation ist ein bisschen draußen vor allem gestern war motivation irgendwie richtig total viele leute und gewassert viele zwei leute gewähnt wenn zu viel fangen habe ich auch gestern kurze video erwähnt aber da gab es auch größeres interesse dran hatte ich glaube ich eigentlich schon mal ein video dazu gemacht oder zumindest ich weiß zumindest wollte ich eins machen aber es gibt fanglimits man munkelt wann die zeitspanne ist also wie groß man weiß es nicht so genau die zeitspanne in der man dieses fanglimit hat und dasselbe gibt es halt für stops es gibt auch ein kilometer limit für body aber ich glaube da kriegt man keinen software wenn man den überschreitet da gibt es glaube ich dann einfach nur keine kilometer mehr also keine bauungs mehr das war das netzwechsel war auch am donnerstag ist vollkommen untergegangen keine zeit dafür ich habe auf die map geschaut moment wusste ich habe auf die map geschaut hier vergissung aber war das tauchen auf dazu kommen wir gleich noch aber man kann echt kaum was erkennen das einzige mess was sehr interessant ist was halt okay das ist echt super saftig weil es ein interessantes pokémon macholo und b es ist genau bei mir da links zu hause die panzerwiese also fettes macholo nest nachdem das event vorbei ist wann ist es vorbei dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag sonntag montag dienstag mittwoch acht tage machordos farm direkt vor der haustür das heißt ich kann jederzeit wann ich will nach hause fahren gehen problem ist halt panzerwiese ist relativ groß das ist ein gebiet das sollte man nicht unterschätzen auf der karte sieht es echt klein aus aber hab da noch nie ein nest gefahren also schauen wir mal wie effektiv das sein wird das war das dann gerade die lapras angesprochen lapras echt viele momentan unterwegs da und sich welche auf der map auch bei mir in der nähe und kumpel von mir gestern hat mich darauf angesprochen dass er dass ich eine lapras tour vielleicht lohnen würde habe mir dabei nichts gedacht aber habe mir das noch mal durch den kopf gehen lassen und ist eigentlich eine interessante idee sollte man schon ausnutzen also hoffentlich machen wir noch eine lapras tour das geht an dich felix hoffentlich machen wir noch eine weil er ist der einzige der das machen würde jeder andere den ich kenne der ist momentan zu sehr fokussiert auf pp also noch das tour wäre schon cool das gerne läuft auch teilweise also da kann man auch noch andere pokémon mitnehmen pares bond also fast wie eine normale scannertour also falls ihr das sehen wollt lapras tour ok wieder eine scannertour schreibt es unten in die kommentare dass felix natur machen soll und ansonsten war es das glaube ich gerne natur ansonsten war es glaube ich echt schon nur so ein kleines update zwischenstand berichten schreibt auch nie kommt auch wie euer event so läuft und natürlich kommentiert falls ihr die scannertour sehen wollt sagt felix bescheid und das war's wie immer leiten subscribe kommentieren check die anderen wie es ab folgt mir auf instagram und facebook vergesst nicht pokémon dieses business